Wir sind jetzt hier im S1er Bus. Wirklich cool. Das ist der Bus, der zum Flughafen fährt. Noch ziemlich viel Platz hier. Da habe ich es jetzt mit dir gleich an die Seite. Und dann geht es jetzt zurück heute Morgen, weil es nun wieder ein ganz kleines bisschen kein Drama ist. Aber ich habe erst den Bus nicht gefunden. Oder war mir nicht sicher, ob der wirklich fährt. Und stand dann vor einer halben Stunde da und war kurz davor wieder ein Taxi zu nehmen. Und bin jetzt aber froh, dass der Bus dann gerade gekommen ist, als er mir die Volt heruntergeladen hatte. Von daher aber sehr cool. Er steigt ein, setzt sich hin, dann rechnen die Leute ab. Das sind 60 Fahrten. So keine Ahnung. Etwas weniger als 2 Euro. Und dann da innerhalb von einer... Der Typ sagt dann dann 3,5 Stunden zum Flughafen zu kommen. Ah, hier ist nochmal das letzte Mal die Chaos Sunroad auf der linken Seite. Das ist tatsächlich wahrscheinlich somit die günstigste Variante mit der MRT oder BTS, um zum Flughafen zu gelangen. Das ist langsam, also da, aber das ist ja ganz schön. Und draußen ist das noch nicht schön. Das ist auch schon egal. Und dann habe ich noch eine Frage, um die Leute zu kommen. Und dann habe ich das noch eine Frage, um die Frage für die Leute zu gelangen. Das ist schon gelogen. Und dann habe ich noch nicht geredet. Und dann habe ich noch einen Moment ge Vielfalt. Und dann bin ich nicht mehr von dieser Stannung. Und dann habe ich noch eine Frage, um das Video zu für wenigst Ist. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021 Ich bin jetzt gerade in Chiang Mai gelandet und von hier aus sind es nur drei Kilometer bis zum Hostel. Also der Flughafen ist ziemlich zentral gelegen und habe jetzt heute das erste Mal tatsächlich auch über Bolt einen Fahrer bestellt. Also bin sehr positiv überrascht über die Preise ehrlich gesagt und bisher klappt das auch sehr gut. Wie gesagt, das sind eigentlich nur drei Kilometer und normalerweise, jetzt auch gesagt, gehe ich den, aber ehrlich gesagt war der Weg schon aus dem Flughafen nicht so schön. Aber tatsächlich kann man, wenn man eine Unterkunft in der Nähe des Flughafens hat und nicht allzu viel schweres Gepäck dabei hat, würde ich den Weg oder glaube ich kann man den Weg tatsächlich eigentlich gut laufen. Aber ich war jetzt auch einfach mal heiß, die App auszuprobieren. In diesem Sinne, ja, bin ich jetzt in Chiang Mai und schon sehr gespannt, was mich in der Stadt erwartet. Jetzt gerade bin ich auf dem Weg zum Revolution, Chiang Mai Hostel so in etwa heißt das. Ja, das macht einen ganz netten Eindruck auch so zum Thema Socialisen und Leute kennenlernen ist das glaube ich auch ganz gut immer wieder. So, man hört vielleicht gerade schon, ich bin jetzt im Revolution Hostel Chiang Mai und das ist, ja, so ein Party Hostel würde ich sagen. Und hier sind jetzt gerade so, hier vorne sind einfach so die Zimmer und das ist eher so ein Hostel zum Feiern würde ich sagen. Hatte ich jetzt auch nicht so gewusst, aber es ist auf jeden Fall eins um Leute kennenzulernen und mit denen vielleicht zusammen noch ein bisschen weiter zu reisen. Von daher glaube ich ist das eine ganz gute Sache und ja, letztes Thema war schon wirklich so ein Party Hostel. Das ist schon sehr krass, aber ja, ich bin gespannt, wie es wird und hier schon super nette Leute kennengelernt, Engländer, Deutsche, Niederländer, also wirklich klasse. Und hier Zimmer, ich guck mal gerade. Hier. Look after all. Please conserve water and electricity. Und die Tür ist geöffnet. Ist auf jeden Fall. Raum hier. Schon ziemlich chaotisch. Aber wenn man weiß, dass es ein Party Hostel ist, dann glaube ich. Ich habe dich nicht so gut gesehen. Jonathan war schief. Jonathan war schief. Jonathan war nicht ein Human. Er war ein Mö. Und wir waren so, Jonathan, was hast du gemacht? Wie haben wir uns nicht gehört? Wie haben wir uns nicht gehört? Aber dann waren wir so, okay, fair genug. Du kriegst den Preis. Auch in Chiang Mai gibt es Feierstrecken. Wir sind jetzt hier heute vom Revolution Hostel aus losgezogen. Und sind jetzt in die Stadt gegangen und macht hier so einen Upcrawl, wirklich sehr empfehlenswert durch ein paar Bars. Und das ist ein paar Barsche. Das war's für heute.